Hier sollen wir diese Stammfunktion berechnen. Cosinus Quadrat von x kann sofort umgeschrieben werden in 1 plus Cosinus 2x geteilt durch 2, durch diese Formel von Carnot. Hier bleibt zu berechnen, die Stammfunktion von 1 halbes dx, das ist x halbe, plus 1 halbes mal die Stammfunktion von Cosinus 2x dx. Und die Stammfunktion von Cosinus 2x dx, das ist Sinus 2x geteilt durch 2. Also haben wir die gefragte Stammfunktion sehr schnell gefunden. Wer sich nicht erinnert an diese Formel von Carnot, der kann diese Stammfunktion trotzdem berechnen, und zwar partial. Cosinus hoch 2 von x, das ist dasselbe wie Cosinus von x mal Cosinus von x. Und einer dieser zwei Faktoren Cosinus von x wird umgeschrieben in die Form Sinus Prim von x. Hier haben wir die Stammfunktion vom Produkt von zwei Funktionen, von denen eine als Ableitung geschrieben ist. Das partiale Primitivieren besagt, man schreibe das Produkt dieser zwei selben Funktionen, aber ohne das Prim und ziehe davon ab, die Stammfunktion vom Produkt dieser zwei selben Funktionen, wo aber dieses Mal das Prim auf die andere hüpft. Da, Cosinus Prim von x, das ist Minus Sinus von x. Das Minus setzen wir vor diese Stammfunktion. Mit diesem Minus da wird das dann zum Plus. Und hier bleibt dann Sinus von x mal Sinus von x, also Sinus im Quadrat von x. Durch die Grundformel der Trigonometrie können wir Sinus im Quadrat von x verwandeln in 1 minus Cosinus Quadrat von x. Hier bleibt also zu berechnen die Stammfunktion von 1 dx, das ist x, minus die Stammfunktion von Cosinus Quadrat von x dx, also so. Aber hier bleibt zu berechnen genau die Stammfunktion, die wir suchen. Das sieht dann nach einem Teufelskreis aus, ist es aber nicht, wenn man daran denkt, Minus die Stammfunktion an die andere Seite von diesem Gleichheitszeichen einer additiven Konstante nach zu setzen. Also erhalten wir die gesuchte Stammfunktion plus sie selbst ist gleich einer additiven Konstante nach Cosinx mal Sinx plus x. Und die Stammfunktion plus sie selbst, das ist zweimal diese Stammfunktion. Und wenn wir dann diese zwei rechts rüber setzen, so haben wir dann doch die gesuchte Stammfunktion gefunden. Jetzt vergleichen wir diese zwei Antworten. Wenn man hier die Verdopplungsformel vom Sinus anwendet, dann erhält man 2 Sinx Cosx und diese 2 kann dann noch gekürzt werden mit der 4. Und so ist dieser Bruch genau derselbe wie dieser da. Und so ist das. Untertitelung des ZDF, 2020